Und jetzt... Komm, 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 komm! Ah, der kann nicht mehr viel haben, oder? Zwei HP hat der! Hallihalujasera, Tommy, und wir spielen mal wieder ein bisschen Ewok-Jagd. Und wir sind auch schon unterwegs mit dem guten alten Ewok-Jäger und werden versuchen, die ollen Stormtrooper aufzuhalten. Für die Leute, die keine Ahnung haben, was man in diesem Modus macht, man versucht hier als Ewok die angreifenden Stormtrooper oder die fliehenden Stormtrooper quasi zu fangen. Alle gefangenen Stormtrooper werden ebenfalls zu Ewoks und müssen dann versuchen, die restlichen Stormtrooper aufzuhalten. Die versuchen einfach nur zu fliehen. Das dauert ein paar Minuten und dann können die mit dem Schiff abhauen. Da sind auch schon unsere ersten Opfer. Die schnappen wir uns doch gleich. Das ist einer angeschwächt, den holen wir uns. Komm, jawohl, geil! Okay, direkt rein da, Attacke! Den auch noch, den auch noch. Nein, der rollt sich. Nein, den kriegen wir nicht. Ah, schade. Ein guter Ewok ist natürlich auch ein guter Fährtenleser und so findet er seine Feinde. Ich kann Spuren lesen. Toll, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist seit Jahren sein einziges Argument. Ich kann Spuren lesen, ich kann Spuren lesen. Du bist ein ganzer toller Spurenleser bist du. Da vorne sind sie. So, jetzt die Whistys noch rein da und go! Nein, der hat mich schon vorher gesehen. Einmal über den Hügel hier schnell. Vielleicht in das Haus rein, da können wir nochmal von oben starten. Yes! Der Tod von oben! Der Assassin's Creed Gedenksprung! Nein, voll daneben! Die haben mich nicht gesehen, die haben mich nicht gesehen! Den holen wir uns! Ja, wir haben einen! Okay, die haben sich hier schon so zusammengerottet. Versuchen wir die zu trennen mit den Whistys. Und jetzt... Nein! So knapp! So knapp mit dem Assassin's Creed Gedenksprung! Aber ihr schnappt ihn, Leute! Ihr schnappt ihn! Jawohl, sehr gut! Ah, da wurde auch noch erwischt der andere Ewok. Aber egal, wir haben wieder einen. Also langsam ist hier die Höhlen-Gang ein bisschen dezimierter. Aber noch halten sie ganz gut was aus. Jetzt wird er attackiert, das ist super. Jawohl, den kriegen sie, oder? Ja, sehr gut! Auch wenn ich ihn nur abgelenkt habe. Wieder ein neuer Ewok für unsere Sache. Okay, da ist der letzte große Haufen. Die denken, solange sie sich da zusammenschließen, können sie uns aufhalten. Aber nicht mit den Ewoks. Erstmal, oh komm, wie viele Whistys sind denn da drin, Leute? Alter, da ist ja alles! Es brennt, die machen unseren Wald kaputt. Den haben wir. Der sieht mich, der sieht mich. Entdeckung, nein, ich komme nicht mehr weg. Es ist nur noch einer. Und den jagen wir schon. Attacke! Komm, wir werfen da nochmal die Whistys hinterher. Der schippt, glaube ich, vorher schon. Oder? Na, wir machen nochmal ein bisschen Schaden. Wir machen nochmal ein bisschen Schaden drauf. Er lebt noch. Noch lebt er. Er rennt weiter, er rennt weiter. Er weiß nur nicht genau, wohin. Den werden wir schon noch fangen. Den werden wir schon noch fangen, Leute! Es wäre ja wohl gelacht, wir als großer alter Schamanen-Ewok mit unserem komischen Totem hier auf dem Kopf. Wissen natürlich, wo es lang geht. Wir zeigen es unseren Gefährten. Wir nähern uns natürlich dem so hinter den Bäumen. Ich hoffe, der wirft jetzt nicht die Granate. Oh, der wirft die Granate. Aufpassen. Ah, wir haben ihn schon. Sehr gut, Leute! Super! Direkt in die nächste Runde. Auf, auf! Und auf in die nächste Runde. Wir überwachen die Stadt wie Batman. Da vorne sind auch schon welche. Wir werfen mal gleich unsere Whistys da drauf. Das hilft ja manchmal auch einfach nur, um die Gegner so ein bisschen zu verwirren, ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, damit die sich bewegen, damit die ihre guten Positionen auf... Verdammter Mist! So, diesmal wird es aber was. Diesmal wird es aber was. Da haben wir schon unser Ziel ausgesucht. Das ist... Ah, verdammt, jetzt sind die da oben auch noch. Aber wir haben den Kill gemacht. Okay, super. Wir schaffen das. Wir sind quasi der dunkle Ritter, der in der Nacht die Gegner ausschaltet. Wir sind der Batman-Ewok anscheinend oder so, ne? So, komm. Nein, 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 nein. Hoffentlich haben sie das nicht gehört. Oh, der hat das gehört. Der hat das gehört. Ach, ich hatte gehofft, die haben es nicht gehört. Ich war zu weit weg. Nein! Solche Probleme hat Batman doch gar nicht. Da kommen sie. Das hat er gehört. Oh, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Jawohl! Sehr gut. Den Demon Fox, der gehört sowieso ins Arkham Asylum. Und jetzt schnappen wir uns den da auch noch. Oh, der weiß, wo ich bin. Der weiß, wo ich bin. Oh, doch, der weiß, wo ich bin. Oh, dass er den Schuss noch trifft. Ich war doch schon in Deckung. Da weint er. Oh nein, ich bin ganz allein. Okay, der Nächste hat sich uns angeschlossen. Wir haben gar nicht mehr so viele Gegner. Wir haben jetzt schon 10 gegen 10 Ewoks. Ne, 9 gegen 10. Okay. Alles gut, aber wir haben jetzt die Oberhand. Nun sind es mehr Ewoks, als es Stormtrooper sind. Ja, auch wenn die Whistys immer nur so ein bisschen Schaden machen. Ne, 58. Man regeneriert hier halt nicht wieder alles zurück. Deswegen, das lohnt sich schon. Da oben ist der irgendwie. Die sind da alle irgendwie oben drin. Ja, da sind die Whistys jetzt natürlich gefährlich für die. Und jetzt kommen wir. Der dunkle Ritter mit den Nahkampfskills. Nicht mal Feuer hält mich auf. Ne, gut, Feuer hält mich doch auf. Aber er ist fast down. Komm, schnapp ihn dir. Die Whistys hinterher oder so. Ah, der entkommt auch noch. Dieser Mick. Okay, die letzten 6 haben sich irgendwo zusammengerottet. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die hier oben bei der Station sind. Da kommt auf jeden Fall einer uns schon mal entgegen. Was schon mal dafür sprechen könnte. Ja, eins, die haben wir hier noch abgegeben. Da sind auf jeden Fall schon mehrere. Es sind nur noch die letzten 6. Wir müssen sie nur noch aufhalten. Kommt schon, Leute. Reißt euch zusammen. Einen haben wir. Okay. Das Schiff kommt. Verdammt. Okay, okay, okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die könnten es jetzt schaffen, theoretisch. Der sieht auch schon das Ziel. Aber wir kommen noch mal dazwischen. Komm. Jawohl, den haben wir. Okay, wo sind die anderen drei? Wenn die nicht kommen, dann verlieren sie auch so. Dann haben wir es auch so geschafft. Feiert, Jungs. Feiert. Die kommen nicht mehr. Der Sieg. Und damit gucken wir noch mal in die nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Wir starten wieder mit den Ewoks rein. Und da sind auch schon die ersten Feinde. Oh mein Gott, der guckt mich gleich an. Hilfe. Das hören die halt alle, wenn ich hier mit meinem Korn tute. So, der ist gleich geslowt. Oder jetzt kriegen wir ihn. Komm schon. Jawohl. Gameboar 1 haben wir auf unsere Seite gezogen. Oh mein Gott, Entdeckung. Mein Freund ist tot. Ich werde ihn rächen. Hinterher. Aber der rennt nur weg von mir. Na, wir haben ja auch so ein paar krasse Gadgets bekommen von dem guten Alfred. Der uns hier noch so ein paar gute Sachen gegeben hat. Hinter mir läuft auch noch einer. Vielleicht kriegen wir den ja. Komm. Komm, komm, komm. Jawohl. Na, Kampfexperte. Und Entdeckung, 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 Entdeckung. Jetzt die Whistys werfen. Oh shit, wir sterben. Wir sterben. Wir sterben, aber wir reißen nochmal ein bisschen Schaden mit. Ja, 58, 60, 73, 73 Schaden. Nicht schlecht. Okay. Ein paar Ewoks haben wir schon auf unserer Seite. Doch die Straßen sind noch voll von Verbrechern. Hier ist auch schon wieder einer. Er hat mich entdeckt. Aber mein Freund kommt. Mein Freund boxt ihn. Nein, mein Freund ist gestorben. Rache. Wir haben den Predator bei uns. Cool. Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott, Granaten. Ah. Geh Entdeckung, Ewoks. Wer jagt denn jetzt hier wen, ey? Ja, jetzt kriegst du langsam Angst, ne? Wenn das Horn trötet. Da rennt der gute Mann. Da rennt der gute Mann. Aber hinter ihm ist auch schon ein anderer. Aber er nimmt den Alternativweg. Ich gehe den straighten Weg. Mal gucken, ob wir den noch bekommen. Der versucht zu seinen Kumpels zu rennen, natürlich. Der versucht sich noch schnell zu retten. Aber jetzt schnappen wir ihn uns. Los, alle drauf da. Ja. Nein, ich wurde von hinten erschossen. Aber den kriegen sie bestimmt. Da bin ich mir sicher, oder? Ich glaube, der hat sogar überlebt. Aber er kann nicht mehr viel Leben haben. Oh, jetzt werden die ganz knallhart dezimiert. Es sind nur noch vier Stück auf einmal. Da sind gerade so viele so schnell hintereinander gestorben. Bei dem großen Ewok-Eingriff 2020. Wo sind sie denn? Okay, da hinten sind die Nächsten. Einmal über den Stab hier. Da ist auch schon der Erste. Da ist auch schon der Erste. So, gleich mal die Whistys reinknallen. Und jetzt. Komm, 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 komm. Ah, der kann nicht mehr viel haben, oder? Zwei HP hat der. Zwei HP. Einmal die Whistys drauf. Komm, Kollege, schmeiß. Ja, da sind sie. Und? Da geht er down. Jawohl. Und damit haben wir es auch schon wieder. Damit haben wir es auch schon wieder. Wuhu. Die Ewoks sind wieder mal siegreich aus der Schlacht gegangen. Und damit war es das tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und damit. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen.